ja hallo und herzlich willkommen zu einer runde sky wars ja oder zu ein paar mehr runden mal ich weiß es noch nicht mal schauen was hier draus wird ich versuche mal ein paar lustige sachen hier zu machen und mal gucken wie uns das gelingt ich habe kit tank am anfang eine enderperle sehr nice dann würde ich sagen holen wir uns doch mal direkt den ersten oder oh fail er ist noch spawned oh god nein nice so ich dachte mir wie ich mir so gepflegte runde skyblock ok das ist ja dieser loot hier das ist schon sehr sehr nice ok da unten ist auch eine kiste zum glück sind da plöcke ich habe gerade überlegt so ja scheiße was mache ich denn jetzt wenn ich keine plöcke hier unten finde das wäre ein bisschen fähig gewesen aber halt ein glück leute lassen wir schon hochgehen sehr interessante map ok schauen was wir bekommen haben gerade nämlich nicht so den überblick so wir haben zwei goldene äpfel bekommen dann ein steinschwert und über uns von plötter runter ok gut und ein lavaeimer das da kann man gut gebrauchen aber wir haben neun Dias also und da kommt auch schon der erste dude und der will mich natürlich töten aber schaffst du mir nicht mal freunden weil der hat es überlebt er hat es einfach überlebt ha damit hast du nicht gerechnet tschüss so ok weiter geht's golden offen mal fraisen die wir gleich überrascht werden so rest in peace ok oh wie viel fallen da wird gerade nein runter ich komm zu euch meine freunde wartet auf mich ja neue map neues glück ach scheiße was ist das hier steinax nehm ich mach das da mit ach man oh man es liegt natürlich nicht an mir ne das ist gerade so verkackt ne das ist auch einer zufall ähm zack das anlassen so oh god das geht einfach schon wieder weiter ey ich habe irgendwie das gefühl heute ist kein guter tag für mich um hier aufzunehmen ich weiß nicht wieso da könnte man die axt hier mitnehmen äh die workbench und ein bisschen holz so und dann sind wir bereit um zu gewinnen da ist das hier drüben keiner auf der insel ja oh gott da ist keiner auf der insel mehr loot mehr loot schnell bau boah ist das nice oder war hier einer ich weiß ja wenn der eine war aber sieht nicht so aus ne ne hier war keiner sehr schön aber trotzdem irgendwie nix so krasses kann ich nicht haben ok dich könnten wir wie es beim anderen düter aus was macht der der hat chillt da oben oh gott oh gott oh gott der hat chillt da oben ich hab dich gesehen das baut glaub ich auch uns nicht hierher na was machen wir jetzt für zwei was machen wir zwölbschen mh iconic erzähl ich kann mich mit der enderperle hinfahrt und angreifen mh ich habe mir gedacht gemeinsam zusammen ist man noch stärker im team und deswegen sind wir in einer dreierrunde mal gucken ob das jetzt besser abgeht wo war noch die jachen weiß ok wir haben schon ein gutes start hier klicken bis also so ein bisschen zumindest wir machen es mal ein so genanntes dir spielt so eine enderperle die trägt noch mal dahin ok wir sind bereit leute kommen wir können das zusammen schaffen äh gut du hast irgendwie nicht so viel zeug hier ne mal gut da da heute ich wollte irgendwie anfangen so Alter was habt ihr alle für gekürt was ist da los Robin und Nubi oh gott Robin und Nubi zusammen können wir es schaffen wir schaffen das ja folgt mir wir schaffen das leute wir schaffen das ja ne ist cool Leute kommt wir können es schaffen wir müssen nur gemeinsam das machen ok die kommen die kommen sehr schön ups Leute oben ok jetzt kommen ich glaube ich habe das Fenster noch andere oh shit nein oh Gott oh Gott oh Gott Schildschlauch was nahe du bist auch nicht sie haben möglich sein heute noch eine gescheite Skywars von den zu bekommen oder als es so für sich so viel verlangt leute es ist so viel verlangt ich bekomme man auch nicht so dass überechtet irgendwie nicht so nice nur ein neues Gefühl ist heute kein guter Tag zu gehen aber wir probieren es noch einmal ach schütz da meine Taktik schaut dass ich ihn töten wollte ich brauche mich auch mal glaube ich hoch das ist glaube ich ne ganz gute Ausgangsposition für den Angriff äh wow was 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 what alter, nice, nice, nice hatte die eine Enderperle ich glaub die hat eine Enderperle und nicht nur eine hoho nice ok ok jetzt haben wir jetzt haben wir gut dass ihr kippt leute alter wir können noch einen TNT boost machen das wäre auch nice das ist das Problem wir schnell hier bin ich also ich brenne erstmal nein ich brauch schon nein nein das funktioniert nicht ja sehr schön sehr schön sehr schön wir haben eine Enderperle gewonnen nein ha oh jetzt haben wir einen Run Alter jetzt haben wir einen Run ok ok komm Trank sehr schön ich lasse uns erstmal rein dann brauchen wir Essen da sehr schön nein ich hab erstmal anderes Essen weggeschmissen shit ok ok das alles mal weg machen und dann leute machen wir TNT Boost und dann leute machen wir TNT Boost hi hi yay auf ein neues wir versuchen es nochmal mhm gerade eben war auch gar keine Runde die wir irgendwie verkackt haben oder so und komplett rausgelassen hey ich kenne den Map nicht shit den hatten wir schon echt? auch mit diesem riesen ahhh ok jetzt kenne ich es wieder da war hier irgendwo dieses Secret Secret Ding irgendwie gewesen ne was war da? ja irgendein Secret da unten gewesen ne ein Secret? ein Fickrad Secret Secret und Siegmund ha 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 so ähm hast du Holz? ja dann lass mal rüberwachsen ey Digga schneller hier hm da ja fresh werden hier ich werd fresh ja ja ok so du crafterst nicht schon mal dass keiner bei uns Lucky Lucky macht ja ja ne die erste Zeit ok dann du kannst gerne gleich du kannst alles feines machen wenn du möchtest ja aber es kommt doch gerade keine zu uns ne das heißt ich bei uns mal zu jemand ist ja zu langweilig ne ich bin hier gerade unter der Decke ne also unter der Erde unter der Erde da bist du aber auch nicht ewig die ist denn unten die ist denn unten wie gefragt was du bist musst du nicht Lava einfach oder sowas? leider nicht nur Wasser ich mag halt ehrlich gesagt ich muss sie gerne runter weil wir die beide da hoffen bist du ne das ist so ein Massaker wir können sie jetzt vielleicht ertrinken genau beide auch ne TNT oh ja wir haben TNT oh ja wir haben TNT oh ist angezündet kann brennen an ok 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 jetzt ok jetzt es ist ein prank sind die tot? ne der mampft doch weißt du es haha das schwimmt da so runter zu denen ok ok und nachzügler hi ja da denkt er kann nicht kommen hinter uns hinter uns ii alter ist wirklich ah lass mich nochmal nein nein ich fahr weg scheiße weil wir hast mit TNT Boost nein nicht aber ich hab TNT hier also muss man auch TNT Boost machen mal das nicht so die Regelchen sonst wird man gebannt ja aber wie wenn nicht gebannt dann sind sie alle mitgebannt ok 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 wenn man nach unten kommt es gibt es ein Schwerpunkt ok das sind was ist ups ich glaub ich doch an deinem kreft manchmal hm aber das ist ok ok ist ok ne kann man mal machen aber nur weil Wochenende ist du redest wieder anders weißt du was ich rede jetzt total anders ich rede wie ein anderer Mensch ich rede immer anders wenn er aufnimmt als wenn er nicht aufnimmt das ist meine gespeicherte Persönlichkeit haha ja ist halt so jetzt musst du noch ein bisschen verrückte Lachen und dann kommt was oh man mhm da komm welche ja komm welche was soll ich mit der Information ankommen komm hoch und hilf mir warum warum setzt du warum hilf mir ja ich wollte dich wecken dass du wirklich kommst jetzt gibst du auch meine Hilfe ja ja bitte ich probere dich aus nein komm bitte nice ok wir wollen jetzt Serious spielen wir machen jetzt ernstes Business hier ja hm ok ja ich hab's versucht ja hab ich fast getötet damit danke ich auch jetzt ne Enderperle eigentlich das war richtig nice die Enderperle dich in meinen Händen ab oder naja genau vorsicht ich weiß nicht ich sag jetzt vorsicht von der Falle ich will mir grad gerne noch mit Diabos Panzer machen ok mach mal also mir also mir ah du könnt sie auch haben ah die bauen uns jetzt von oben wir müssen am besten ins Haus gehen komm ins Haus Dankeschön komm ins Haus weil die kommen von oben wollen auf uns drauf springen glaub ich so ein bisschen wahl das in oben bis in oben ich bin auch hier drauf nice komm ja den haben wir locker ok wo der andere ja komm ich hör also der andere ist und der andere ist und der andere ist und ich meine nicht hier ach so so also haben wir locker ab dass sie haben keine Chance was erwarten die sich ne Enderperle ja oh ja einmal ein ja einmal her oh ein Diamant wo so eine sogenannte ich weiß diese viele Krale Baukonstanten Leute hm was so da vorne war irgendeiner pass auf ha ha hä wo ist der Typ hin ist der da ha 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 ne ne hä wo ist der Typ hin der war gerade eben noch hier auf dieser Insel äh man konnte es benutzen hier ist er hier ist er hier ist er scheiße bei dir also er hätte mich toten können weil ich mich nicht gemeint hätte wo denn hier oh boah oh kacke als ob man ihn gerade so bombe runterschutzen kann das ist doch ja oh oh Gott was war das denn für ne Aktion wir haben die zusammen rausgegangen da kann man her was danke Was war das denn gerade? Wie viel Leben hatte der Typ? Ja, okay, da vorne kommen die anderen zwei. Da vorne sind sie. Die sind auf dem Weg hierher. Lass mal hier jede Menge TNT aufstapeln. Und dann lass uns da in die andere Richtung abhauen. Okay. Warte, können wir da abhauen? Ja, hier können wir abhauen. Guck mal hier, wir gehen in den Weg da, ja? Okay. Ich hab keinen Fall, okay? Ja, ich mach, ich mach. Hallo, ihr da. Was ist denn los? Okay, sie kommen, sie kommen. Rennen, rennen, rennen. Das reicht nicht, schade. Das hat irgendwie mir gar nicht gejuckt. Lass mal weitergehen. Ne, dass sie angreifen. Hier ist doch super. Ne, hier ist irgendwie zu krass ein Risiko. Lass mal weitergehen. Ich würd' gerne mit der Enderpelle können sie uns da oben hin porten und überraschen. Oder? Kann klappen, kann auch richtig in die Hose gehen. Aber klar, lass versuchen. Warte, warte, lass mich auch goldene Äpfel fressen. Okay, drei, zwei, eins. Ähm. Das ist einfach gar nichts passiert. Hä? Was war das denn? Wollt, wie wir beide verkackt haben, hä? Was dort lang ist, ist dort ein bisschen zu lange. Echt? Ich muss noch aufs Dach gehen. Nimm den Lava einmal. Ähm, ja. So, jetzt trinke ich nochmal den gleichen Funk. Wir machen hier den Deckel auf und dann geht's los. Hier. Pass, ich bin unten, komm. Ja, du hättest mich echt mal warnen können, aber ist okay. Oh, aber die brennen wenigstens. Ich komme heute nicht an sie ran, aber Lava tut mir nichts. Mir auch nicht. Trotzdem sind die in der besseren Position, HG. Ja, leider. Okay, komm hoch. Geh mal bitte nicht, geh mal bitte jetzt nicht. Geh mal bitte nicht. Komm her, komm her. Wollen wir hoch oder ich weiß nicht? Ich bin fast tot, ich bin fast tot. Ich bin fast tot, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Komm her. Oh, ich bin. Komm. Ah, ich komme nicht hoch. Ich komme nicht hoch. Scheiße. Achso, pass auf. Geh jetzt, jetzt rein, rein, rein. Oh, shit. Den haben wir gut, den haben wir gut, den haben wir gut. Aber der eine hat mein Herz. Nein. Ja, hab den einen. Ja. Jawohl. Bam. GG. Die waren einfach in einer viel besseren Position, weil sie immer überlegen konnten und abwechseln konnten. Ja. Werden wir nicht. Okay, aber es war doch jetzt noch ein nicees Ende. Es war echt spannend gewesen, finde ich, jetzt. Weil er jetzt gewinnt am Ende. Ja, wenn die nicht ein bisschen anstrengt gewesen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Runde. Oder nächste Folge, nächstes Mal. Wann auch immer sehen wir uns wieder. Habt einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Ciao. Wow.